Heyo Leute, willkommen zurück bei The Binding of Isaac und wir gehen hier hoch. Na toll, habe ich zufällig auch gemacht, dass die wesentlich öfters kommen. Schon wieder so einer. Nein. Okay. Das war der Fischkopf da noch. Ein Job bringt mir nichts. Vielleicht ein Silberherz, aber... Okay, wir gehen in die Tiefen... Äh... Gut, hier bringen wir auf Spectre-Tiers auch nicht besonders viel. Äh, komm hier. So. So, ich habe gehofft, dass die eine Fliege ein bisschen anders fliegt. Okay. Ja, ja. Ja, ja. Ich sehe es schon kommen. Ah. Judgment. Oh, der Bettler. Der Bettler. Interessant. Ich weiß noch nicht, ob wir nochmal einen Devil Rumer bekommen, so einfach. Ich glaube, meine... Wir haben Extreme Protection jetzt gerade mit den drei... Drei Sachen. Das war aber nicht wirklich Extreme Protection. Ja, ja. So. Ja, und das Feuer werden wir so bekämpfen müssen. Können wir doch langsam überlegen, Item... Äh... In den Shop zu gehen. Genug Bomben haben wir eigentlich, um ein bisschen... Spaß zu machen. Nein. Nichts. Und über die kann ich auch nicht überfliegen. Gottes Willen. Dann müssen wir mal überlegen. Ach, come on. Nur weil ich zu langsam bin. So. Boah. Boah. Was haben wir hier drinnen? Pillen Die gehen doch nicht hier rein, ihr Idiot Berühr das doch nicht So Komm Könnten natürlich eine Balls of Steel hatten wir ja schon Ich hab gerade überlegt, wir könnten natürlich eine Balls of Steel bekommen, aber Das geht ja natürlich nicht mehr Wir sind einfach zu langsam Für die Die drehen sich so schnell um Kriegen wir die nicht so leicht Auch wenn wir Spectral Fears haben Das heißt nichts, dass wir Einfach so machen können Okay Range up Speed down Super Eine der wenigen Pillen, die Ich glaube hier kann ich noch ein richtig geiles Item bekommen Ah, Schlüssel nicht Komm, ich erwarte vier von dir Ein HP Upgrade Skeleton Key Hätte ich vielleicht doch das HP Upgrade nehmen sollen Wenn mich nur noch ein Herz Ein halbes wollte ich mich korrigieren gerade Pfff Schlechter Scherz Der Kompass Da würde ich mich vielleicht doch nochmal über ein HP Upgrade freuen Wir sind so extrem langsam, Leute Echt nicht mehr schön Wir haben gute Items Aber wir sind langsam Und das ist Nicht schön Echt überhaupt nicht Schlüssel Echt Mit drei Münzen Das Feuer kriege ich jetzt gar nicht alle aus Alle aus Meine ich natürlich Die Frage ist halt eben Ob so ein Ob so ein Kompass wirklich uns helfen könnte Die nächsten Ebenen zu überleben Und das sehe ich Boah Das sehe ich momentan halt nicht so Der hat mich noch getroffen Obwohl der Strahl nicht zu sehen war Ich weiß es nicht Okay nur noch ein halbes Herz Vielleicht ist der Run doch schnell weg Als ich dachte Remote Control Jetzt verarschst du mich, oder? Doch den Nail nehmen sollen Ja, die Fliege hat mich umgebracht Na super Gut, Leute Dann 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 machen wir den nächsten Run Äh, replay nicht Wir machen das mit Cain oder Judas Judas Auch wenn er nur ein Herz hat Judas macht Schaden Judas macht ordentlich Schaden Kann aber auch ein bisschen schneller sein Okay Äh, ne Bombe haben wir nicht Echt Dr. Fetus Why not Ich weiß nicht, ob das so viel bringt was Okay, nochmal ein Silberherz Nein Und hier Nichts Dann nicht Nein, auch nicht Ich weiß nie So ne Run sind für mich immer Da bräuch ich homing muscles noch oder sowas Ach komm Das ist die Sache Ich treffe dich so extrem schwer Aber wenigstens das haben wir gefunden So, okay Nehmen wir den Lucky Two Um Glück zu haben So Und ich muss mal kurz Die Tür ran machen Hat sich gerade jemand von mir verabschiedet Für die Nacht Und Macht aber nie die Tür ran So Ähm Genau, dann müssen wir den hier Hier, nimm ihn Hier Bitteschön Danke Stirb Geh doch Wo ist denn der elendliche Secret Room Okay Wie war's mit sterben? So Halt ihn sofort Und ausgiebig Ich bekomme die ganze Zeit Schlüsse Echt komisch Ist alles voll bombardiert Ich kriege aber nicht den Secret Room Komm schon Komm Verstehe ich nicht Ist denn bitte schön das Secret Room Ich habe noch eine Sache Aber das kann nicht sein Hier habe ich überlegt Echt Macht keinen Sinn Aber wenigstens haben wir genug Geld jetzt Und um Schlüsse zu sparen Sprengen wir uns einfach in den Shop Pff Bringt mir gar nichts Doch, das bringt mir was Rest aber nicht Okay Gehen wir zum Boss Ähm Mal gucken, ob Book of Bill Ja so viel bringt Ich glaube aber nicht Bomben haben immer Festen Damage-Wert von 60 Insofern Wird selbst Femmen Das sich nicht interessieren Okay Und erledigt Sieht geil aus Mit äh Dr. Fetus Gesicht Und Dazu die blutigen Augen Aber wir könnten wenigstens noch Einen Space Item dann suchen Sonst fällt mir das mal schwer Das Book of Bill Ja wegzugeben Aber dem Äh Charger Können wir das nehmen Und sieh mal einen ab Bad Trip Ich fass es nicht Wir haben den Lucky Two Wie kann das ein Bad Trip sein Hm Okay Hier Wie Unicorn Würde ich doch nochmal ein bisschen Geld sammeln Damit wir mit Unicorn besser aufladen können Das macht wenigstens noch mal ordentlich Sean Decade Room Könnt klappen Oh fuck Okay hier nochmal rein Haha Das ging fix Und range up So So Ups Bad Gaze Äh Das Ding bringt mir eh nichts Komm gib mir Geld So jetzt mir Geld bringen So Heißt Wir brauchen doch noch zwei Münzen Wie gesagt Wir nehmen den Charger einfach Aber hier Von dem kann ich eine Münze bekommen Schlüssel Von dem kann ich eine Münze bekommen Karte Beempressed Und nochmal Schlüssel Ich nehm es einfach Ich weiß doch nicht ob es was bringt Ich glaub nicht Ein Schokolade Bomber Er spuckt dir aus dem Mund jetzt die Bomben Sieht ja geil aus Ich frage mich ob man jetzt Äh Ob die mir Schaden machen können Ich weiß es nicht Komm nicht auf unsere Münze Ich glaub nicht dass es Super Secret Room Uns ne Münze gibt Das wär nochmal ne Möglichkeit gewesen Hier könnt Super Secret Room sein Currents hab ich gesagt Hier könnt's sein Hätt die Blutspender nicht kaputt machen sollen So viele Herzen wie wir hier haben Oh fuck it Hier könnt's Super Secret Room sein Hätt die Blutspender nicht kaputt machen sollen Gut gehen wir runter Scheide Scheide Haben wir den Charger nicht Okay auf und runter Caves 1 1-Up-Pilz Dann sollten wir mal ein paar HP Upgrades bekommen Würde ich behaupten Wird den Katakomben ganz nützlich sein Hey nochmal ne Bombe Super So Ach toll Spinn Okay der hat sich wenigstens verabschiedet Müssen wir merken Brauchen wir Und noch nicht jetzt Schackel Bombs Die bleiben bei Gegenden auch nicht mehr stecken Was generell nicht so bei denen Jetzt Böser Ding Troll Bomben auch noch Ich fass es nicht Okay wir haben selber weggesprengt Ach wir haben ja noch einen Monapels Stimmt ja Hat es ja echt gelohnt Monapels Ich bin stolz auf mich Oha Gerade noch so überlebt Lovefly Ne was ist das They grow inside Achso Warte bräuchte ich den Laser Den Laser Ähm Sie unten könnte ich auch öffnen Silberherz wenigstens The grow inside Und Laser ist so geil Aber ich weiß nicht wie es ein Bomben und Laser ist Aber wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dann Ciao Ciao So